Hallo, die Schulen in Baden-Württemberg stecken in einem nie dagewesenen Bildungschaos. Ich finde, es ist höchste Zeit, das zu ändern. Und das ist meine Top 3 der wichtigsten Anliegen jenseits von Corona im Bereich der Bildung. Schaffen wir gleiche Chancen für Kinder mit gebührenfreier Kita und flächendeckender Sprachförderung. Unterstützen wir Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit einer verlässlichen Ganztagsschule. Gewinnen wir Lehrerinnen und Lehrer für ländliche Räume mit höherer Eingangsbesoldung und ansprechenden Zulagen. Ich will Türen öffnen für gute Bildung und starke Schulen und das in Baden-Württemberg und am Hochrhein. Was das noch beinhaltet, könnt ihr auf meiner Homepage nachlesen, peter-schallmeier.de. Unterstützen mich am 14. März mit eurer Stimme. Kämpfen wir gemeinsam für das Wichtige jetzt.